...Aktur der Schädeldecke, multiple Einblutungen. Das hier sieht doch nach einem Streit aus. Gegen Elf war ich wieder hier und dann lag sie da. Ich hätte vielleicht eine Ahnung, wer ihre Frau getötet haben könnte. Natürlich habe ich die. Helena hat mir den Umgang mit Lars verboten. Wie alt sind sie denn? 29 Weser. Du bist 15, oder? Sie kann das vielleicht nicht verstehen, aber ich liebe mir. Also hat Helena sie vor die Wahl gestellt. Entweder sofortige Trennung oder eine Anzeige gegen Lars. Der Ex-Mann ihrer Frau sitzt gerade eine Haftstrafe an. Ja, wegen Vergewaltigung. Als ich nach Hause kam, stand einfach vor der Tür. Warum hast du mich nie besucht? Mama hat es mir verboten. Ich habe deiner Mutter nichts angetan. Helena Härte ist nach der Vergewaltigung zu ihrer Gynäkologin Dr. Manuela Lenz gefahren. Sie ist die Schwester von Helena Härte. Medizinisch gesehen war das eindeutig. Wie erklären Sie sich dann, dass Martin Seiler immer noch an seiner Aussage ist? Er hat recht. Wir sind beide betrogen worden. Sie und ihren Vater, ich und meine Freiheit. Ralf und Martin waren Geschäftspartner. Die Anwaltshonorare haben ihn ruiniert. Sie haben sich nie gewünscht, sich an ihrer Ex-Frau zu rechnen. Das ist interessant. Oder nicht? Das ist interessant. Das ist interessant.